Verurteilter Höcke darf keine Verantwortung von der Aufarbeitung der Vergangenheit und ihrer Bedeutung für die Gegenwart. Verurteilter Höcke darf laut CDU-Chef Feucht keine Verantwortung mehr übernehmen. Die Zukunft von Björn Höcke innerhalb der politischen Szene Deutschlands scheint unsicher. Der frühere Vorsitzende der Alternative für Deutschland, AfD, ist jüngst verurteilt worden. CDU-Chef Feucht bezieht nun klare Position und geht so weit zu sagen, dass ein verurteilter Politiker wie Höcke keine Verantwortung mehr übernehmen dürfe. Die politische Karriere Höckes, Björn Höcke begann seine politische Laufbahn bei der AfD, wo er schnell zu einer polarisierenden Figur wurde. Als früherer Vorsitzender der thüringischen AfD und Mitglied des Landtags von Thüringen ist er vor allem für seine scharfe Kritik an der etablierten Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik bekannt. Im Laufe seiner politischen Karriere war Höcke immer wieder in Kontroversen verwickelt. Einige seiner Äußerungen aus der Vergangenheit haben ihm den Vorwurf des Populismus und der Fremdenfeindlichkeit eingebracht. Die Verurteilung von Björn Höcke Höcke wurde schließlich gemäß dem verfügbaren Urteil verurteilt, was seine Position innerhalb des politischen Rahmens Deutschlands erheblich verändert hat. Die genauen Details der Anschuldigungen und des Urteils gegen Höcke sind von entscheidender Bedeutung für seine politische Zukunft und das Vertrauen, das das öffentliche und politische Umfeld in ihm sieht. Die Position von CDU-Chef Voigt. Im Licht der Urteilsverkündung hat CDU-Chef Voigt seine klare Haltung zum Ausdruck gebracht. Ein verurteilter Politiker wie Höcke darf keine Verantwortung mehr übernehmen, sagt er. Die Tonart impliziert eine strenge Haltung gegenüber Politikern, die in Ungnade fallen und bestätigt die Bedeutung von Rechtmäßigkeit und Vertrauen in die öffentlichen Figuren, die das Land führen. Voigt's Stellungnahme zielt letztlich darauf ab, die Glaubwürdigkeit und Integrität der politischen Szene aufrechtzuerhalten. Ungeachtet der politischen Ausrichtungen und Meinungsverschiedenheiten behauptet Voigt, dass die Obachtspflicht und das Vertrauen in Politiker von fundamentaler Wichtigkeit sind, um die Stabilität und das Vertrauen der Öffentlichkeit in das politische System zu gewährleisten. Schlussbemerkungen. Die Kontroverse um Höcke ist mehr als nur ein weiterer politischer Skandal. Sie wirft grundlegende Fragen über die Werte und Prinzipien auf, die wir für die politische Führung in unserer Gesellschaft für wichtig halten. Verurteilungen im öffentlichen Amt haben immer weitreichende Implikationen für das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit in diejenigen, die für uns Führungspositionen einnehmen sollen. Ebenso ist es auch eine Reflexion über die Art von Politik, die wir als Gesellschaft wünschen und die Prinzipien, die wir für unverzichtbar halten. Wie CDU-Chef Voigt betont, hängt viel von der Integrität derjenigen ab, die wir wählen, um uns zu repräsentieren und unser Land zu leiten. Dabei geht es auch um die Anerkennung, dass Fehler und Fehlverhalten Konsequenzen haben müssen, insbesondere wenn sie in Führungspositionen gemacht werden. Die Kontroverse um Höcke kann uns daher nicht nur lehren, wie wichtig es ist, die Verantwortung der Politiker gegenüber der Gesellschaft im Auge zu behalten, sondern uns auch daran erinnern, dass der Respekt vor dem Gesetz für alle gilt, unabhängig von der Macht oder Position, die sie innehaben. Seien wir also wachsam, aber vergessen wir auch nicht die Lektionen, die wir aus diesen Ereignissen lernen können. Denn letztendlich bestimmt das, was wir aus der Vergangenheit lernen, die Art von Zukunft, die wir als Gesellschaft aufbauen werden. Auto Anita Farke, Mittwoch 15. Mai 24.